Ich leg dich mal hier ab. Ja, seine Ruhe. Mach bumm jetzt. Ah. Riley, bleib erst noch zur Sicherheit da. Kanter Hacke. Yo, Riley. Was geht? Hängst du so rum hier? Aktivität. Hör vor, dass es ein Durchschuss war. Sonst würde die Kugel noch in dir drinstecken. Das ist ein größeres Problem. So, können wir jetzt noch... Ähm, bumm? Ziele auf 1 Uhr. Kommeradeo! Kontakt auf 11 Uhr. Werde beschossen! Werde beschossen! Jetzt will ich verarschen, Junge. Ja, vergisst ihr nicht mal drauf zu ballern! Vollidioten, ey. Wie ich das hasse langsam. Hallo, Sniper. Du bist doch der, der mit dem Distanz scheiß hier rumläuft. Ach, Riley, hast du hinten am Arsch. Hast du ein zweites Arschloch? Ist doch cool. Kannst aus der Seite scheißen. Okay, cool. Ach, Leute. Boom. Wenn ihr mal töten würdet, würdet ihr auch nicht beschossen werden. Das ist die 1x1 Rechnung. Der Gegner war zu nah, den konnte er nicht töten. Ich würde ja gerne Riley abholen. Vor allem, weil er direkt neben mir liegt. Aber ihr miesen Schweine kommt nicht dazu, die Leute mal abzuballern. Verdammter Hacke. Ghost 6, hier ist Gator 1. Wir kommen. Gator 1, Fox 2. Gator 2, Fox 3. Vergiss Riley nicht. Verdammter Hacke. So, Mann, du, hier strips 2.0. Wir haben noch Drehungsgefunden. Ghost 6, wir haben eine Mitfahrgelegenheit für euch. Yeah! Ja, mein Verwohnerten. Wir haben einen Wawwaw, der angeschossen wurde. Verstanden, gute Arbeit, 2.0. Wawwaw. Die Föderation war noch da. Rock war noch da. Dieser Krieg war nicht vorbei. Noch lange nicht. Leb wohl, Dad. Ich kann dich nicht ersetzen. Aber ich kann dich vertreten. Hat er jetzt einfach mal so entschieden. Er macht das jetzt. USS Liberator, hier Phantom 2-2 beim letzten Anflug. Verstanden, Phantom 2-2. Sie haben Landerlaubnis. Das Deck ist bereit. Merrick, wir müssen ihn kriegen. Ich will Rock. Negativ, Hash. Die Satelliten begeben sich in Position. Wenn sie online sind, kann die Föderation Ziele auf der ganzen Welt angreifen. Wie lautet der Plan? Wir riskieren alles. Auch unseren letzten Flugzeugträger. Wir steuern ihn direkt ins Herz des Föderationsgebietes. Wir greifen sie in der Luft an. Alles oder nichts. Wenn der Angriff startet, brauchen wir ein Ghost Team am Boot. Wir sind bereit. Du übernimmst die Leitung, Hash. Du kommst nicht mit? Ich übernehme Elias Platz und koordiniere die Ressourcen. Dein Vater war ein toller Mann. Ein großartiger Anführer. Auch er sah euer Potenzial. Hier, Logan. Das gehörte ihm. Tut mir leid. Du hast deine Pflicht erfüllt. Du gehst mit Merrick. Ich bin Reilly. Showtime. Yeah! Wir müssen helfen, das Deck zu sichern und einen Transport zur Satelliten veranführen. Wir werden geentert. Wiederhole, alle Männer auf Position. Wir werden geentert. Männer, weiter machen. Wenn die Satelliten einsatzbereit sind, können sie uns jederzeit überall angreifen. Dann sind wir fällig. Wir müssen sie aufhalten und die Invasions-Truppen absetzen. Alle Mann auf Gefechtsstation. Alle auf Gefechtsstation. Robinson Crusade. Tausend Würzen. Ziele auf Deck. Komm schon, Logan. Hornets sind in der Luft. Wiederhole, Hornets in der Luft. Okay, Leute. Geht euch in Deckung. Ein Ausbrei kommt hinten hoch. Machen wir ein... Ihr stört jetzt all die Schweine. In meiner Superwaffe, den Nächsten drauf hat, aus als Anbelag. Wenn ihr euch so niedermähen. Warte, vollkommen im Visier. Gar kein Problem. Schluss, mein Geschmolz, du Scheiße. Zack. Das ist ein Kollege, das muss ein Kollege sein. Was verdrigt mich denn? Verdammt der Hacke. Bei mir sammeln. Wann ist der Osprey oben und einsatzbereit? Wir beladen ihn gerade. In zwei Minuten ist er in der Luft und bereit. Gehe an die Zielerfassung. Wir müssen die Abwürfe steuern. Er kommt in spitzen Winkel zurück. Bereit machen für Zielmarkierung. Wir brauchen einen Transport zum Angriffstrupp auf die Satellitenfarm. Ja, Sir. Hubschrauber nähern sich. Sie werden aber erst entziehen. Ich brauche diesen Transport. Du hast Schminke im Gesicht, du Tunte. Alle Einheiten. Aus dem Norden kommen Föderationsschlauchboote. Mach ich. Das ist einer tot. Los, sie versuchen aufs Schiff zu kommen. Schlauchboote ausschalten. Geschütz gelast. Ausdrehen bereit zum Abnehmen. Ziele, klemtern die Schiffsseite hoch. Nordbreed eine Minute weg. Achtung, mittestens zehn feindliche Wassereinheiten nähern sich der Carolina-Kurse. Mwahaha. Alle Einheiten. Es kommt weitere Föderationsschlauchboote. Schlauchboote ausschalten. Feindliche Kanonenboote nähern sich. Was soll das denn jetzt? 3-3-1, es ist bereit. Wir brauchen an der Mord. Wir zeigen. Warte. Moment. Okay. 3-3-1, wir gehen zu lassen. Okay, 3-1. 3-3-1, wir gehen zu lassen. Wir brauchen. Jawoll! 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 Ich bin nicht dran! Das ist Bombardement! Das ist Bombardement! Beginn den Überflug! Verstanden, 3-1! 3-3-1, kommt rein! Bitte markiert! Schlauchbote versenkt! Achtung! Schlauchflugzeug der Federation im Einsatzgebiet! Schlauchfluggebäude! Wir müssen den Raketenaktivieren und das Schlauchflug abschießen! Guck mal, wie er hier irgendwo einen Munni findet! ah ja ist ja gut bin auf dem weg bin gefallen jetzt mal pusten wir müssen vom Deck runter weg von hier, mir nach was für ein scheiß weg von hier, mir nach was das sorry Digger ich muss mal hier ran der Helikopter ich gehe hier nicht ich bin tot anscheinend weil es auch voll logisch ist ich schieße was das Zeug hält ich bin tot der Schlachtflug soll kommen noch mal Schlachtflug soll gehen ich bin dran und alles von mir das Schlachtflug soll kommt noch mal Schlachtflug soll links das Schachtflug soll abgeschossen ja rauschen das Schachtflug soll der Flucht wird am Boden wiederholen am Boden rauschen los 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 wirklich woran erkennst du das kein Problem ich bin dahinter ich bin auf dem Weg ich bin auf dem Weg noch weiter in der City und so ich beeil mich ja komm schon Logan los 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 mach es überwiegend spannend hau weg die Scheiße das muss von den wir werden können müssen wir das Frühwarnsystem der Station am Boden zerstören du führst dein Team an übernimmst die Kommandozentrale und feuerst eine Rakete auf ihre Satellitenfarm raw könnte im Gebiet sein aber das hier hat Priorität ein gepanzertes Bataillon dringt durch die Verteidigung vor rechnet mit dem härtesten Widerstand im ganzen Krieg ab dem Erfolg haben unsere Streitkräfte im All eine echte Chance hau in unser bestes Game würde ich sagen